Hey Leute, bevor das Video startet, machen wir einen kleinen Vertrauenstest, in dem ihr mir einfach zeigen könnt, wie sehr ihr mir vertraut und deswegen, Leute, holt euch jetzt unbedingt Kopfhörer und steckt die mal schnell an euer Handy an und keine Sorge, Leute, es wird nichts passieren, aber macht euer Handy mal wirklich auf maximale Lautstärke, ganz wichtig und ja, Ehrenwort, es passiert nichts, aber ihr müsst es auf volle Lautstärke machen und Kopfhörer, Leute, ganz wichtig, wenn nicht, pausiert jetzt und holt euch gefälligst ein paar Kopfhörer, so, okay, habt ihr, seid ihr bereit? Ich werde jetzt von 3 runterzählen und ihr werdet sehen, es wird nichts passieren, okay, Leute, seid ihr bereit? 3, 2, 1 und seht ihr, Leute, es ist nichts passiert? Ihr dachtet wirklich, es passiert nichts, okay, nein, Spaß, Leute, okay, bitte seid mir nicht böse, es kommt nicht mehr mal vor, okay, okay, Leute, bitte, ansonsten, Leute, jetzt viel Spaß mit dem Video. Was geht, Leute, und damit heute herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ähm, ihr seht schon, wir sind heute als Nosekin unterwegs, ähm, ich hab auch hier diesen absolut coolen Nosekin-Tanz auf jeden Fall am Start, der ist ziemlich nice, yeah, das war so sehr gut. Jedenfalls, Leute, wollte ich heute mal wissen, wie es ist, wenn man hier einfach mal als Nosekin eine Runde Random Squad spielt. Weil ich weiß noch, damals, als es noch mehrere Nosekins gab, war es hier schon öfter so, dass Nosekins ziemlich oft auch gemobb wurden und so. Und irgendwann waren das gar viele Menschen, die fanden es einfach cool, so Nosekins zu mobben. Ihr wisst ja, ich hab ja selber eigentlich auch ein paar seltene Skins hier auf dem Account, hier zum Beispiel Reale Ritterin oder so. Ähm, hab auch Zahnseiten und so, aber das will ich eigentlich gar nicht erst mal zeigen. Deswegen eigentlich, Leute, sollte ich heute mal eine Runde Random Squad einfach mal spielen, also wirklich, ihr seht, ich geh in eine Runde Random Squad rein. Und wir schauen halt einfach mal, wie die Leute denn so drauf sind, wenn wir wirklich als Nosekin spielen. Wobei, was ziemlich wichtig ist, wir müssen vielleicht das Battle-Bot-Bot-Bot rausmachen. Ähm, wir machen einfach mal, ähm, das hier rein. Ja, ich glaub, das müsste passen, oder so, Leute? Ja, ich glaub, jetzt bin ich ready. Ansonsten, wenn ihr neulich seid, lasst ein Like und ein Abo da. Vergesst nicht, auch ganz wichtig, Glocke aktivieren. Und ansonsten, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber... Boah, Junge. Ich bin so am schwitzen, Leute, also hier im Sommer. Ja, es ist so, man hält's einfach nicht aus, deswegen, Leute, tragt gern meinen Credit-Code ein. Da kann ich euch vielleicht irgendwann eine Klimaanlage leisten. Hey! Wobei, ich hab hier einen Ventilator, aber... Wenn der an ist, dann, äh, hört sich das erstens scheiße in meinem Mikrofon an. Und ihr seht meine Haare. Also, äh, Ventilator ist nicht so gut mit Aufnahmen. Ihr wisst Bescheid, aber ansonsten, lasst ein Like da. Wir werden den runter. Let's go. Ähm, hello, hello. Can you speak? Was geht, was geht, die Geringverdiener? Was geht, was geht? You are a Geringverdiener? No, bro. It's very good. Do you speak in German or English? Yes. Yes, you are speak in German or English? Ja. Das ist... Very good, very, very good. Ähm, okay, äh, at first, ähm, ich stelle mich vor... Ich führe, das ist so Soundboard, ne? Soundboard? Nein. Sound. Soundboard. Sound. BK, stell dich doch einfach vor. Also, äh, mein Name ist Gustav. Ich komme aus Frankreich und ich esse gerne eine Baguette. Wahrscheinlich nicht Lumex, ne? Ich kenne gerne Lumex. Ne, das ist aber die gleiche Stimme. Oder gleich ein Stimm... Äh, was für Stimmverzehrer, Bruder? Okay, pass auf, ja, ich hab einen weirden Namen, der heißt vielleicht auch Lumex, aber Bruder. Äh, ich hab kurz eine Question on you. Ich wollte mehr oder weniger fragen. Schaut's so aus, so, ähm, wie mir vielleicht so. Guck mal, ich hab ein Nosskin, schau mal. Ist die cool? Äh, okay, was willst du uns fragen? Ja, ich wollte fragen, guck mal, äh, ich hab einen Nosskin, so? Also, ich, pass auf, ja, ich will nicht jetzt die typische Frage, so... Komm zum Punkt. Ja, okay, warte, ja, 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 chill, 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 pass auf. Ich will jetzt die typische Frage stellen, so, ähm, mögt ihr Nosskins, so? Wie ihr wisst ihr, damals war ja schon so heftig, so, ja, Nosskins, so, wurde nicht so gemocht. Wie ist das? Ist mir scheiße, ja, hauptsache, wenn du mir keinen Kills klaust. Ey, helf ich mal hoch hier! Oh, das ist sehr gut gemacht, tu mich mal auf Ehre hoch. Wenn du mir keine Kills klaust, wird das alles gut. Nein, 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 ich doch nicht. Nein. Nee, nee, ich hab's eigentlich auf YouTube, weil so ist es verantwortlich. Ich mach kein YouTube, Digga. Nein, was für YouTube? Ja, damit ist scheiße egal. Digga, ich wollte fragen, äh, wie es mit Nosskins so ausschaut, so, aber... Also, wisst ihr? Ich hab's nicht viel LKM. Äh, ihr könnt mich vielleicht, äh... Nee, kann mich mal von euch ein Skin schenken, vielleicht? Ja, kann ich machen. Kannst du machen, for real? Ja, ich schwöre drüber. Hier, guck, guck her. Würdest du mir Skin schenken? Safe. For real? Ja, for real, Digga. Würdest du wirklich for real machen, so, wenn ich Nosskins, dann hätt ich endlich ein Skin und so, weißt du? Ja, würde ich safe machen. Ich schwöre auf deine Mutter, du würdest mir ein Skin schenken. Ich schwöre. Du schwörst auf Mutter, du schwörst so, und halt nicht auf Mutter. Ja, ich schwöre auf meine Mutter. Wallabilla, sag, sag Wallabilla, ich schwöre. Wallabilla, Wallabilla. Er sagt Wallabilla, du würdest mir ein Skin schenken, wenn ich Nosskin bin. Wallabilla, ja. Wie, 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 ich schick dir, schick dir FA, okay? Schick dir FA. Wie heißt du? Ja, mach das. Kittykiller. Kittykiller, okay. Warte, oh, scheiße, das fangt rum. Kacke, warte mal. Wollen wir hinzufügen? So einen Mann? Ja. Okay, okay, warte, ich muss mal, warte mal, bitte, ganz, 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 ganz kurz. Okay, warte mal, Leute, warte mal. Das ist mir schon klar, aber ich werde den Safe was schenken, weil... Okay, warte, 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 warte. Ich habe jetzt Sprachnet ausgemacht und bin kurz, äh, Pushtutorg, ihr seht es ja auch hier, Leute. Ist so, okay, der eine, der war schon ein bisschen weird, er ist drauf, so, äh, aber ihr habt gehört, er hat gesagt, er würde mir einen Skin shake, weint ihr, for me, er würde ihm einen Skin shake, schreit zwar jetzt in die Kommentare rein, aber wirklich, for me, ihr denkt, dass er mir einen Skin shake wird, aber das wäre echt zu heftig, so. Aber wir schauen mal, ich entmüde mich erst wieder kurz, warte, 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 warte. Ach so, äh, sorry, Digga, ich war gerade auf Toilette, Digga, nehm ich, sorry, 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 so, warte. Ich zocke heute noch nicht so lange, deswegen bin ich noch nicht eingespielt, so, ich gebe mein Bestes auf jeden Fall, Jungs. So, ich habe dir jetzt eine FA geschickt, so, ne? Ja. So, guck mal, das hieß, ich habe Nosekin, was sagst du dazu, Nosekin? Nichts Schlimmes. Nichts Schlimmes? Sagst du Nosekins in die Ehre, Männer? Ja, ich war selber mal eine lange Zeit Nosekin. Sag, sag, du schwörst, dass du Nosekins magst. Ich schwöre auf meine Mutter, Wanda Bila, ich mag Nosekins. Boah, das finde ich, das finde ich sehr, sehr korrekt, meiner Meinung nach. Ist sehr, sehr korrekt auf jeden Fall, dass du Nosekins magst. Ja, wer mag die nicht? Ich schaue selber mit drei Skis in Nosekins. Das finde ich sehr gut. Und du, Geringverdiener, wie schaust du bei dir aus, magst du auch Nosekins? Ja. Ey, warum ist denn der Anzeige nicht geläftet? Keine Ahnung. Hat er keinen Bock auf mich so, oder? Keine Ahnung. Ja, das ist doof dann. Äh, Bruder, ich weiß nicht, ich bin halt Nosekin, so, weißt du, und darf halt kein Geld so ausgeben und ich wollte halt fragen, ob ich in den Skinnen komme, weil mich halt öfter so gemobbt wegen Nosekins, so, weißt du. Ach, safe schenke ich dir was, ich mag Nosekins selber, übelst. Also, for real, du würdest mir, du würdest mir wirklich einen 3-Tage-Skin schenken. So, Leute, jetzt hier kurz aus dem Cut heraus, also, ähm, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, ob er mir wirklich was geschenkt hat, deswegen folgt mir gerne mal auf Insta, ich glaube, da werde ich das dann eigentlich öffentlich machen oder eine Insta-Story posten. Ich logge mich in den nächsten 3 Tagen mal ein und schaue, ob er mir wirklich ein Skin geschenkt hat. Wenn das wirklich der Fall ist, dann schenken wir auch, denke ich, definitiv was zurück, weil das wäre echt mega Ehre, einfach so ein Skin geschenkt bekommen, so, wisst ihr. Ja, ohne Witz. Ich höre mir auch. Ich höre sogar. Das ist mega korrekt, okay, äh, ja, vielleicht können wir nochmal spät nochmal zocken, Bruder, aber ich muss dann jetzt auf jeden Fall schlafen gehen, das ist schon spät, so, weißt du, ich muss, äh, morgen noch in den Kindergarten, weil, ja, deswegen, Jungs, ne, ihr Geringverdiener, ähm, ich wünsche euch einen angenehmen Abend, wir sehen uns auf jeden Fall, ähm, haut da rein, kuss geht raus, ich gehe jetzt erstmal ins Bettchen, okay, Jungs, wir hören uns, kuss, kuss. Ja, tschau. Also, ja, das waren sehr nette Typen, ich bin gespannt, ob wir einen Skin schenken, Leute, wenn ihr was schenken sollt, vielleicht schenke ich was zurück, Leute, weil, wäre schon echt eh so, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt in die nächste Runde rein, let's go, Leute. Äh, hallo, hallo, can you speak, hallo, hallo, can you speak German, is everybody German from you? Hallo, 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 are you German? Nee. You can speak German? Fuck. Nee. Bitte. Oha, was soll das jetzt heißen, nur weil ich Nuss gemäßt oder was? Hallo? Ey, riebe mit mir. Warum mag ich Niemann? Äh. Riebe mit mir in die Kommentare. Geh kurz mit mir schon. Moin, meinst du, der geringen Verdiener. Hallo, hallo, mein, äh, ich küsse dein Herz wieder. Bist du ein Junge, damit sie sagen, äh, sind da Mädchen? Oh, warte, warte, ich muss dich eine minimale, lauter machen. Okay, warte, warte. So. Ich küsse dein Herz. Ich küsse auch dein Herz. Ich bin ein Mädchen. Ein Mädchen. Ich bin ein Mädchen. Hörst du meine Stimme? Ich bin ein Mädchen. Wenn immer Mädchen kommen, beleidigt dich. Willst du zu unserer Gruppe gehen? Was? Achso, warte mal. Also immer, wenn ihr Mädchen habt, beleidigt ihr so, oder was? Meinst du? Ja. Ey, kannst du mal, kannst du... Was auf... Willst du zu unserer Gruppe, Bruder? Ja, ich will erst mal so Vorführeffekt haben. Also angenommen. Stellt euch vor, ich bin ein Mädchen, okay? Ich möchte jetzt mal, dass ihr mich wirklich mal so hart, wie ihr das sonst macht, mich beleidigt. Wenn ich jetzt Mädchen bin. Du Lumi? Lumi? Nein, nein, aber... Nein, ich bin nicht Lumi, aber ich wollte jetzt fragen, guck mal. YouTuber? Nein, ich bin... Junge, ich bin kein YouTuber. What the fuck? Nein. Nein, Bro. Junge, Junge, jetzt... Bruder, ich heiße nicht Lumex. What the fuck, Bro? What are you labern? No, no, no. I'm not Lumex. I'm not Lumex. Okay, Bro, ich hab... Nein. Nein. Okay, Bro, pass auf. Okay. So, du hast gerade gefragt, ob ich zu deiner Gruppe dazugehören möchte. Ich möchte bitte... Nein! Halt, stopp, jetzt dreh dich, jetzt dreh dich. Ja, keiner hat so eine gute Mikrofonqualität ausgemacht. Halt, stopp, jetzt dreh dich. Halt, stopp, jetzt dreh dich. Halt, stopp, jetzt dreh dich. Ja, ja, stimmt, Abel, ich rede. Ihr habt ja gesagt, ihr beleidigt immer Mädchen. Okay, angenommen, ich bin jetzt ein Mädchen. Doch, er hat gefragt, ob ich zu deiner Gruppe dazugehören möchte. Jetzt möchte ich wissen. Angenommen, ich wäre jetzt ein Mädchen. Bitte zeigt mir das mal, wie ihr sonst die Mädchen beleidigt. Das würde mich jetzt mal for real interessieren, vielleicht nicht eurer Gruppe, ja. Soll ich es mal zeigen? Ja, ja, komm, hau raus, hau raus. Oh, mein Gott, dieses Arme-YouTube-Video. Äh, Yumi, ey, bitte, Bro. Ich habe mir angeschossen, I need help. Strip-Sniper, Strip-Sniper, I need help. I have a Strip-Sniper, not good. Ja, hallo, was geht? Darf ich fragen, warum ich immer so unkonzentriert bin? Einfach nicht bei euch, das war keine Absicht, okay? Mein Controller hat rumgepackt. Yumi, Yumi, ey, bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Pass auf, ich habe, okay, pass auf. Nein, 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 ich... Nein, pass auf, Bro, pass auf. Pass auf. Guck mal, ich bin No-Skin. No-Skin, äh, erste Frage. Bro, schau mal jetzt, angenommen. Äh, ich bin ja No-Skin. Guck mal, feierst du No-Skins so? Mopst du so No-Skins? Schon... Jeder war No-Skin. Ja, ist so, Digga, okay. Aber sag mal so, würdest du mir so ein Skin schenken, so? Sei es da mir ehrlich. Würdest du... Ja, wenn ich Wax hätte schon. Äh, du afrikanisch nach vier stinkende Bergziegel, Digga. Wollen wir Körte-Fight-Gänge? No. Warte mal. Äh, ja, natürlich... Also, warte mal. I need help. Das ist ein Gegner. Chill. Ja, ich... Guck mal, ich bin unter dir. Komm, einfach unter. Äh, Lumix, äh, Bro, äh, bitte. Äh, Adam, bitte, äh, Bro, Lumix. Okay, ja, komm, Bro, komm. Ja, weg auf Ehre, Digga. Er fahrs raus. Ey, ich will auch. Ja, ja, ist gut. Ihr kriegt den Fahr. Aber, Jungs, äh, ich muss, äh, hab morgen Kindergarten. Ich muss erst mal pengen, okay? Aber wir sehen uns. Das ist recht für alle. Ja, ich hab dir Fahr geschickt, Bubi. Neh mich gleich an. Ich, äh, muss Kindergarten. Äh, wir sehen uns. Äh, haut rein, Jungs. Äh, wir sehen uns. Ja, ich hab doch... Ja, ich hab doch deine Karte. Ja, ist es gut. Ich muss Kindergarten aber morgen. Ich muss zeitig ins Bett... Ja, ähm... Skins, geht das? Hab ich zwei Fahrrad gebet? Warte mal. Schau nach. Kann man Skins... Kann ich Skins... Okay, ich könnte alles Geschenk kaufen, Leute. Also, Apple-Games-Name in die Kommentare. Vielleicht haben wir ein paar Geschenk raus, okay? Okay, ansonsten... Ja, ich hoffe, ich hat das Video mehr oder weniger gefallen. Ähm, lasst ein Like und ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ähm, haut rein.